Willkommen zurück, liebe Leute, bei The Last of Us Remastered. Ja, beim letzten Mal hatten wir eine kleine Begegnung mit Runnern und Klickern. Nun müssen wir Ellie zu den Fireflies bringen und es überhaupt erstmal schaffen. Ich bin gespannt, was uns Naughty Dog noch so für Perversitäten bereithält. Ich möchte es eigentlich gar nicht wissen, aber zuallererst modifiziere deine Waffen an einer Werkbank mit gefundenen Teilen. Werden wir das auch tun? Das hatte ich beim letzten Mal nämlich gar nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, was wir genau dazu brauchen. Dazu fehlt uns noch ein paar Teilchen. Wir haben 46 und brauchen mindestens 75, um die Pistole zu verbessern und um eine Langwaffe zu verbessern. Dazu brauchen wir dann auch 75. Ich glaube, wir haben noch nicht mehr eine Langwaffe. Aber wir können hier auch noch nicht viel machen, wie ihr sehen könnt. Von daher lassen wir das Ganze erstmal sein. Schauen wir uns hier noch eine Runde um, bevor wir weitergehen, um nichts zu verpassen. Obwohl ich immer wieder was verpassen werde. Was natürlich auch die Konsequenz hat, dass ihr das Game vielleicht auch mal selber zocken solltet, um alles selbst zu finden. Hier scheint aber auch nichts mehr zu sein. Ich gucke noch ein bisschen gründlicher. Ich habe ja doch so einige Sachen beim letzten Mal verpasst. Jedenfalls munitionstechnisch und ein Medipack. Was ich jetzt aber nicht so dramatisch finde. Denn das macht meinen Überlebenskampf noch schwerer. Aber auch wieder, ja, spannender. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Vielleicht auch die Taschenlampe aus. Nein, wir lassen sie nochmal an. Hier ist auch noch eine Schublade. Leider ohne Inhalt. Hier noch ein paar kleine Bildchen. Ansonsten finde ich jetzt nicht, dass hier irgendetwas Besonderes ist. Es ist halt ein ziemlich verwittertes altes Gebäude. Aber wir können dennoch mal schauen, ob wir vielleicht mal ein Messer herstellen können. Das können wir sogar, glaube ich. Und die können wir auch gut gebrauchen. Zumindest für die Klicker. Ich habe keine Nerven, den Viechern ständig auszuweichen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt funktioniert. Es gibt bestimmt Situationen, in denen wir nun mal Klicker töten müssen. Wo wir keine andere Wahl haben. Und von daher mache ich das jetzt einfach. Hier scheinen aber auch schon Leute geplündert zu haben. Was war das? Eine Art Büchse oder so? Oh. Ich glaube, ich habe da draußen Autos gehört. Ich bin mir nicht hundertbrot sicher. Ich mache mal lieber das Licht hier aus. Wir schauen uns lieber vorsichtig um. Ich hatte ja bereits die Begegnung, dass da plötzlich ganz viele von diesen Infizierten standen. Während ich da einfach so durchgeladet bin. Was sind das für Geräusche? Oh. Mensch. Ja. Leute. Bleibt mal hier ganz ruhig. Ja, hier keine Action veranstalten. Ich mache doch nur mal das Licht an. Hier scheint ja auch nichts zu sein. Hast du was gefunden? Nein. Kann anscheinend da hoch. Aber erstmal... ...möchte ich hier gucken. Da kamen wir jetzt raus. Vernagelt. Heißt nicht besonders viel Gutes, wenn das vernagelt ist. Gehe ich jetzt mal von aus. Ich habe schon wieder lauter Horrorvorstellungen im Kopf, dass da gleich lauter Runners kommen, die einen anbrüllen und Klicker und schieß mich tot. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Und wir mal ein bisschen Entspannung haben in diesem Part. Obwohl ich ja sowieso erst beim letzten Part so richtig Action hatte. Also so schlimm war das hier nicht. War ja schon lustig, die Angelegenheit. Vielleicht ist da hinten ja noch was. Ich muss mal gucken, ob ich hier hochklettern kann. Ja, das geht tatsächlich. Und da scheint auch was zu sein. Ein Firefly-Anhänger. Ich habe definitiv da draußen einen Motor gehört. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da ein Motor gerade war. Das müsstet ihr eigentlich auch hören. So, gehen wir mal weiter. Ja, unpassierbar würde ich sagen. Was ist das hier? Ein altes Museum. Manche Sachen hier sind Jahrhunderte alt. Wirklich? Wow. Schon traurig. Oh, wow, wow. Habe ich mich erschrocken. Aber nur ganz leicht. Ich dachte gerade, wer ist das denn? Aber das ist eine Puppe. Hätte ich mir auch denken können. Alte Schiffe. Wahrscheinlich die Seekartenabteilung. Oder weiß ich was. Hier scheint aber sonst nichts mehr zu sein. Ich weiß auch nicht, was das mit dem Controller auf sich hat, wenn ich nach rechts wippen soll. Ich denke mal, das hat was mit der Taschenlampe zu tun. Aber wenn ich das mache, habe ich plötzlich im Controller so einen ganz komischen Sound. Und den möchte ich auf gar keinen Fall haben. So. Okay. Aufpassen. Schnell. Los, los, los. Scheiße. Ich lebe. Ich werde außen rum gehen. Wir sind hier. Tess. Renn. Renn. Scheiße. Scheiße, Leute. Das heißt, für uns, wir müssen noch mehr vorsichtig sein, ist das zum Kotzen. Und ich dachte, wir hätten jetzt wenigstens das Problem hinter uns. Oh. Oh. Oh, Scheiße. Das ist ein Klicker. Scheint jedenfalls einer zu sein. Kacke. Ich glaube, ich habe die jetzt angelockt. Ah. Oh. Fuck off. Fuck off, ey. Mann, 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 ey. Ich hoffe, das Problem kriegen wir schnell geregelt. Ah. So. Der ist schon mal tot. Da ist noch ein zweiter. Okay. Ja, wir müssen jetzt wirklich mit der Situation behutsam umgehen. Oh, hier sind Glasscherben, glaube ich. Und auch mal zwischendurch gucken, ob man was findet. Sehen können die uns hier anscheinend nicht. Aber ich weiß nicht, ob hier auch noch zusätzlich zu den Klickern Runner sind. Das weiß ich natürlich nicht. Da ist Ziegelstein. Okay, ich hatte noch eine Flasche. Die hätte ich auch werfen können. Ich glaube, den können wir sogar umgehen. Wir müssen ja auch nicht immer alles und jeden töten. Ich würde einfach sagen, oh, was ist das denn schick? Das ist eine alte Kutsche. Und wir müssen auch ganz vorsichtig laufen, denn wenn wir zu stark den linken Stick bewegen, hören die uns. Weil, wie ihr das mitbekommen habt, hilft hier das Schleichen auch nicht viel. Und daher bewege ich mich ganz, 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 ganz vorsichtig. Oh, der kommt hier lang. Ich lasse das aber mit dem Stein jetzt. Denn ich möchte versuchen, den mir jetzt erstmal aufzusparen. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwo anders ein Ziegelstein ist. Ich warte da jetzt erstmal. Die Olle bewegt sich ja jetzt wieder hier lang. Gehe ich jetzt mal von aus. Tja, das tut die auch. Oh, da ist noch ein Ziegelstein gewesen. Ganz vorsichtig. Oh, 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 oh. Okay. Wir wurden von hinten erwischt. Ich weiß nicht, welcher Klicker mich jetzt erwischt hat. Ob das der war, der vor mir war, kann es eigentlich gar nicht gewesen sein. Denn der war ja ausgenockt. Ich verstehe das jetzt auch nicht. Ist mir auch relativ wurscht jetzt. Wir werden jetzt erstmal gucken, ob wir die Flasche haben. Ja, die haben wir. Und dann werden wir die Flasche werfen. Oh, kommt die hier durch? Der kommt hier durch, der Klicker. Das ging leider nicht anders. Das ging leider gar nicht anders. Okay. Die sind jetzt da. Ich versuche jetzt mal hier durchzugehen. Tess! Tess! So. Scheiße! Die sind hier abgehauen. Ja, ich muss jetzt wirklich vorsichtig sein. Zweimal wurde ich jetzt schon erledigt. Oh. Ein drittes Mal möchte ich das Ganze nicht haben. Ja, komm. Lass mich in Ruhe. Ja. Die scheint sich hier wohl zu fühlen. Okay. Zwei scheinen sich hier wohl zu fühlen. Ihr seht es. Ich komme hier nicht sonderlich weiter. Ich muss gucken, dass ich noch vielleicht Messer herstelle. Jetzt habe ich zu wenig Band. Ist egal. Messer sind immer noch besser als Medikamente zur Zeit. Beziehungsweise Medikits. So, jetzt sind die wieder weg. Da kann ich ja auch mal reinschauen. Super. Gehen wir mal weiter. Immer vorsichtig. Okay. Okay, wir haben jetzt ein Messer verschwendet. War vielleicht nicht besonders schlau. Aber manchmal haben die auch tolle Sachen da drin. Leise, 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 leise. Sei doch nicht so ruppig. Okay. Alles andere scheint voll zu sein. Ich muss mal jetzt schauen. Die Flasche wieder raus. Die sind schon mal jetzt dort. Leute, ich weiß gar nicht, wo lang. Ich weiß nicht, wo lang. Ah, da lang vielleicht. Okay, auf Wiedersehen, Clicker. Ich hoffe, der kommt mir jetzt nicht nach. Das Licht ausmachen. Ich weiß auch nicht, was jetzt hier los ist. Obwohl, hier kann ich es kurz anmachen. Ja. Oh, immer schön die Ecken abgrasen. Das ist hier wirklich sehr, sehr wichtig. Oh. Oh. Da oben ist ein Runner, Leute. Da oben ist ein Runner. Der scheint durchzudrehen. Ich gehe mal stark davon aus. Also, so wie ich das jetzt sehe, haut der gerade gegen die Tür. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, die konnten sich verziehen. Ich habe keine Nerven, dass der die jetzt jagen will. Oder der total durchgeknallt ist, weil er gerade infiziert wurde oder so. Weiß es nicht. Keine Ahnung. Der dreht vollkommen ab. Was geht hier ab, Leute? Seht ihr das? Der dreht vollkommen ab. Der rastet ja komplett aus. Scheiße, Mann. Kann ich ihn angreifen? Alter Schwach. Oh, was geht hier ab? Was geht hier ab? Ich muss jetzt auch nicht... Oh, scheiße. Kacke. Kacke. Mit L1 sprinten, um freizukommen. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Mach mal schneller. Wir sind ja drauf, Alter. Alter, Alter. Schwurr. Oh, Achtung. Sorry. Fand ab, nochmal. Was geht hier ab? Boah, ey, das ist ja krass hier. Wo sind die anderen? Ich hab mich! Das war wirklich knapp. Das war absolut knapp. Oh, Mann, 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 Leute. Ich dachte, das war's jetzt. Wirklich. Oh, Mist. Ich übersehe hier garantiert was. Ich kenn mich ja. Aber besser geht es jetzt nun mal nicht. Ich schau noch mal schnell hier nach. Nein, hier ist aber auch nichts mehr. Die sind durchgeknallt, ey. Aber was erwartet man? Hoffentlich wurde jetzt niemand gebissen. Okay, Ellie soll ja, soweit ich das jetzt verstanden habe, immun dagegen sein. Aber wer weiß. Ist hier noch irgendwas? Nein. Gut, gehen wir weiter. Wie wir den auf die Fresse gehauen haben. Ich find das immer so geil. Es macht so'n Fun, die auch zu schlagen. Wir müssen irgendwie rüber. Da ist es. Was euch natürlich nicht dazu animieren sollte. In echt Leute zu schlagen. Das solltet ihr auf gar keinen Fall machen. So, da sollen wir hin. Alles klar. Wir fliegen einfach drüber. Wenn ich einen Hubschrauber finde. Das Brett soll ich jetzt wahrscheinlich gleich nehmen. Woher machen wir hier Lucky Lucky? Oh, da ist noch ein Brett. Okay, da kommen wir nicht durch. Vielleicht können wir das hier aufschießen. Ich probier's nicht aus. Ich hab damit schlechte Erfahrungen gemacht. Mit Aufschießen. In diesem Spiel. Aber, schon schön. Auch der Himmel. Das sieht einfach nur bombastisch aus. So. Da kann ich's hin platzieren. Okay. Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst. Das ist ein bisschen... Und, ist es das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber Mann. Was für eine Aussicht. Kommt, hier lang. Hey, es geht weiter. Es ist fast geschafft. Weiß dich zusammen. Ja, Ma'am. Ja. Gleich hier um die Ecke. Kommt. Wie weit, Herr Kleiner? Ich denke mal, Joel hatte gerade wieder eine kleine Rückblende und musste an seine Tochter Sarah denken. Anscheinend erinnert er sich immer an sie, wenn er mit der Kleinen... Ja. Wenn er die Kleine sieht. Ist aber auch völlig normal. Scheint ihr ähnlich zu sein? Seiner eigenen Tochter? Das müssen wir wahrscheinlich gleich schieben. Oh. Da ist wieder... Was Totes. Sind das Maden oder Kugeln? Nein, das sind Kugeln. Anscheinend wurde der abgeknallt. Krieg mal an. Wer hat ein Firefly-Zeichen auf dem... Firefly-Befehle. Was, wenn wir hinkommen und alles nicht... Ja, die wollen wir doch mal lesen. Sind sie nicht. Und woher weißt du das? Ich weiß es einfach. Mädels, könntet ihr mal aufhören rumzuzicken? Und warten? Ich möchte gerne jetzt vorlesen. Es muss einfach. Befehle. Ja, es muss einfach. Treffpunktbereich patrouillieren. Stellen sie sicher, dass keine Militärpräsenz in der Gegend herrscht, bevor sie das Mädchen zum nächsten Unterschlupf bringen. Sie muss gut ernährt und bei bester Gesundheit sein. Ihre Sicherheit hat absolute Priorität. Alles klar. So, jetzt könnt ihr weiterschnattern. Ja, ihr müsst mich auch aussprechen lassen. Ja, da gucken sie mich nur an. Geht ihr mal lieber weg? So. Hoch und rüber. Oh. Da will ich mich gleich wieder bücken. Na also. Ja, die ist aber mutig. Endspurt, Tess. Aber die müssen auch immer vorrennen. Das finde ich jetzt beispielsweise nicht so prickelnd, dass die immer so extrem vorrennen müssen, anstatt die mir einfach mal folgen. Ja, ich bin hier der Rudelführer. Ihr müsst mir folgen. Schon krass. Hier waren anscheinend Leute auch im Auto drin. Ich weiß nur, dass das klar ist. Ich kann nicht schwimmen. Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Folg mir. Oh. Gut, dass Marlene euch gefunden hat. Ein richtig kleines Was meinst du? Ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt. Sumpfgebiet. Aber, ähm, ich will mich bedanken. Ja, kein Ding. Scheint aber auch nichts zu sein. Aber wunderschön. Muss ich sagen. Selbst wenn das hier alles so, ja, zerstört ist, in sich zusammengefallen ist, trotzdem hat es irgendwie etwas Wunderschönes. Weil es nun mal die Natur ist. Kommt man da rein? Nein, da kommen wir nicht rein, oder? Doch, wir können da drauf klettern. Können wir was mitnehmen? Oh, Firefly-Anhänger. Na also, geht doch. Vielleicht muss ich hier immer so im Wasser drücken und kann was aufnehmen. Ich hab keine Ahnung. Geh mal nicht davon aus. Die Mädels warten da vorne. Ich schau mich noch mal kurz hier um. Was ist das denn? Ah. Ein Bötchen. Ein Liebesboot für Verliebte hier. Mit Schwanen oben drauf. Das ist auch nichts. Nein. Scheint sonst nichts mehr zu sein. Ja, eine Zeitung. Zeitung von gestern. Zeitung von vor 20 Jahren, würde ich sagen. Aber die Mädels scheinen schon hochgegangen zu sein. Hier ist auch wieder so ein Boot. Ja, wir schauen lieber nochmal nach. Das ist sonst wirklich ärgerlich. Mal hier in den Ecken. So. Nein. Okay. Vorsichtig, Joel. Musik.